Spaß für Kinder Hallo Freunde, wie sieht's denn hier aus? Ich glaub hier hat jemand gespielt und vergessen die Spielsachen wegzuräumen. Lass uns die Spielsachen sortieren. Zuerst die Baustellenfahrzeuge. Kran, Lastwagen, Bulldozer und Bagger. Der Laster holt die Baustellenfahrzeuge ab. Laden wir sie in seinen Kasten. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt sind die Buchstaben an der Reihe. Mal schauen, welche Buchstaben wir hier haben. Ich finde, die Zahlen können auch in diese Schachtel. Lasst uns zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Jetzt sind noch Tiere und Fahrzeuge übrig. Aha, dieser Transporter will die Tiere abholen. Schwein. Das ist ein Ameisenbär. Und das ist ein Nilpferd. Kuh und Hund. Die Giraffe und das Kamel laufen zum Transporter. Und zum Schluss ein Alpaka. Und was machen wir mit den Autos? Das ist ein Autotransporter. Lass sie uns aufladen. Orang. Blau. Rot. Rot. Grün. Gelb. Blau. Prima, jetzt liegt auf dem Tisch kein Spielzeug mehr rum. Ich hoffe, ihr räumt eure Spielsachen auch immer auf. Tschüss, Freunde.